Am Sonntagvormittag regnet es, teilweise auch etwas kräftiger. Am Nachmittag dann beruhigt sich das Wetter und es ist trocken. Die Sonne zeigt sich trotzdem nicht. Die Temperaturen liegen bei 5 bis 7 Grad, in der Nacht auf Montag regnet es bei Werten von 5 bis 6 Grad. Am Rosenmontag zunächst Regen, pünktlich zu den Umzügen am Nachmittag hört der Regen dann auf und es ist trocken. Die Sonne zeigt sich trotzdem nicht. Die Temperaturen liegen bei 5 bis 7 Grad. Der Fasnitz-Dienstag ist wesentlich freundlicher, bei Werten von 1 bis 8 Grad scheint immer wieder die Sonne. Der Aschermittwoch ist dann bei Temperaturen von 3 bis 11 Grad wesentlich milder, allerdings auch trübe. Regen fällt aber nur vereinzelt. ... ... ... Vielen Dank.